Wenn wir den Kartenausschnitt vergrößern, sehen wir, wie die automatisch ermittelten Potenzialflächen sichtbar werden. Diese werden in der Karte grün dargestellt. Die automatische Erstermittlung wurde bereits im Vorfeld durch das HLBG durchgeführt. Ich wähle nun eine der automatisch ermittelten Flächen in der Karte an, um diese im Potenzialflächenkataster zu erfassen und somit als echte Potenzialfläche vorzuqualifizieren. Dazu klicke ich nun im Sachdatenfenster auf die Funktion Neuen Datensatz anlegen. Durch die Übernahme aus der Grafik wurden automatisch die Standortinformationen in die jeweiligen Datenbankfelder übernommen. Dies reicht aus, um die Ersterfassung einer Potenzialfläche in der Datenbank durchzuführen. Im späteren Verlauf, wenn die Potenzialfläche freigegeben wird, werden noch weitere Felder zum Qualifizieren der Fläche zu Pflichtfeldern. Die erfasste Potenzialfläche wird nun in der Grafik lila dargestellt. In der Layer-Übersicht erhalten wir auch eine entsprechende Legende zu den unterschiedlichen Darstellungen. Die Erfassung der Leerstände ist ebenfalls mit wenigen Klicks möglich. Hierzu wechseln wir auf das Objekt Leerstände und legen über die Funktion Neuen Datensatz anlegen einen neuen Leerstand an. Um eine Gebäudefläche als Leerstand zu erfassen, markieren wir diese in der Grafik und klicken anschließend wieder auf die Funktion Aus Grafik übernehmen. Damit werden ebenfalls über die amtlichen Liegenschaftsinformationen die Standortinformationen in die Datenbank des Leerstands übernommen. Die Fläche kann gespeichert werden und zum späteren Qualifizieren mit detailreichen Informationen ergänzt werden. Die Leerstände werden in der Karte gelb dargestellt. In der Layer-Übersicht finden wir weitere interessante Themen, die beim Erfassen von Potenzialflächen und Leerständen unterstützen können. Die Erfassung der Potenzialflächen und Leerstände ist zudem komplett über mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets im responsiven Design möglich.